Herzlich willkommen zu einem weiteren Lernvideo von Netzwerb Deutsch, dem Netzwerk zum Lernen der deutschen Sprache. Diesmal zeigen wir euch die Konjugation des deutschen Verbs Abbedingen. Schaut und hört euch die Formen gut an. Wir beginnen zunächst mit den Stammformen. Bedingt ab. Bedingt ab. Hat Abbedungen. Kommen wir nun zu den Zeitformen. Als erstes schauen wir uns das Präsens an. Ich bedinge ab. Du bedingst ab. Er bedingt ab. Wir bedingen ab. Ihr bedingt ab. Sie bedingen ab. Weiter geht's mit dem Präteritum. Ich beding ab. Du bedankst ab. Er beding ab. Wir bedingen ab. Ihr bedankt ab. Sie bedingen ab. Wir machen weiter mit dem Perfekt. Ich habe Abbedungen. Du hast Abbedungen. Er hat Abbedungen. Wir haben Abbedungen. Ihr habt Abbedungen. Sie haben Abbedungen. Kommen wir als nächstes zum Konjunktiv 1. Ich bedinge ab. Du bedingest ab. Er bedinge ab. Wir bedingen ab. Ihr bedinget ab. Sie bedingen ab. Nun folgt der Konjunktiv 2. Ich bedinge oder bedünge ab. Du bedingest oder bedüngest ab. Er bedinge oder bedünge ab. Wir bedingen oder bedüngen ab. Ihr bedenget oder bedünget ab. Sie bedingen oder bedüngen ab. Den Schluss macht der Imperativ. Bedinge ab du. Bedingen ab wir. Bedingt ab ihr. Bedingen ab sie. Das war unser heutiges Lernvideo zum Verb Abbedingen. Wir hoffen es hat euch gefallen. Wenn ihr weitere Videos wollt, abonniert einfach unseren Kanal. Schaut auch auf unseren Webseiten www.verbformen.de, www.verben.de, www.sprachlehre.de und www.zz.de vorbei. Macht's gut und bis zum nächsten Video, euer Team von Netzwerb. Bis zum nächsten Mal.